So, da wir ja unseren Aufenthaltsort wieder gewechselt haben, wollen wir euch unseren nächsten natürlich nicht vorenthalten. Wir sind hier bei Angela und es ist, naja, ich gehe einfach mal durchs Haus. Ich gehe einfach mal durchs Haus. Also, das ist das Häuschen. Da ist ein Leo und ein Valentin. Ja. Ja. Vorstellung des Hauses oder? Hab ich gerade. Ja, das Haus ist auch so, wie es aussieht. Ja. Unaufgeräumt. Klein. Klein. Ein bisschen dreckig. Sehr freundlich. Ja. Stinkt. Also hell gebaut ist es wirklich. Ja. Und es liegt überall Scheiß rum von Schafen. Ja. Schlimmeres ist zum Beispiel die Fliegen, die vorher auf der Scheiße saßen, die sitzen dann bei uns. Ja. Auf dem Teller und im Bett. Und überall wo man es sich vorstellen kann und eigentlich gar nicht vorstellen möchte. Ja. Und die Frau an sich ist verrückt. Klein. Sie beleidigt uns. Andauernd. Es ist gut zu sagen. Ja. Und. Voll die gemobbten Kinder. Ja. Ne. Sie ist wirklich einfach ein nicht so netter Mensch. Sagen wir es mal so. Freundlich. Naja, ich finde Arschloch trifft ganz gut aus. Das hast jetzt du gesagt. Ich schneide mir jetzt raus. Okay. Oder mach einen einen Piep drüber. Okay, ja. Das finde ich super. Vielleicht ist das Piep ausgesehen eine halbe Sekunde zu spät oder so. Das ist gut. Naja, auf jeden Fall. Morgen sind wir hier weg. Nach unglaublichen vier Tagen, die wir dann hier geblieben sind. Aber das ist halt das. Das ist halt. Ich kann noch rüber. Da musst du nicht mal drehen. Das ist halt das Geile. Man kann einfach abhauen. Genau. Wenn es einem nicht gefällt. Das Vertrag ist nicht gebundet. Richtig. Man enttäuscht vielleicht die Menschen. Aber das ist dann in dem Fall auch egal. Wenn man halt selber keinen Bock mehr hat, dann sollte man auch wirklich abhauen. Ja. Wenn wir gerade von vertraglich gebunden sprechen, das werden wir wahrscheinlich... Mit YouTube halt ausmachen? Ja. Das wäre... Okay. Weil wir jetzt... Nein. Das ist keine YouTube. Nein. Ab morgen werden wir wahrscheinlich vertraglich gebunden werden. Ab Montag. Ab Montag. Ja, ab Montag. Aber morgen werden wir das ausmachen. Wahrscheinlich. Wir werden für eine ganze Weile in Hastings sein. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. In einer Weinfabrik. Also so abfüllen und Kisten schleppen und so. Aber immerhin Geld verdienen. Ja. Das ist schön. Aber ansonsten ist es hier gerade. Warm. Warm. Sehr warm. Das ist eigentlich richtig toll hier. Genau. Also die solche Umgebung. Das Wetter ist echt krass. Also mir gefällt es relativ gut. Ja. Bis auf die Sonne. Mir gefällt es gut. Genau. Also Wetter ist ganz nett. Aber die Butze ist eben kacke, ne? Also dann. Tschüss. See you. Tschüss. Tschüss. Tschüss.